Wurzeltomi ohne Herr Hägerle. Ohne. Ja, genau. Ja, also liebe YouTube-Zuschauer auf dem YouTube-Channel-Kanal live. Sie haben es gehört, ohne Hägerle. Und jetzt weiß ich nicht, wie das Ganze abläuft. Wie kann ich Sie jetzt ohne Herr Hägerle unterhalten? Normalerweise wir zwei machen das ja normalerweise schon irgendwie. Man ist ja jetzt halt nicht da. So, wie immer Fußball. Und wenn der Hägerle dabei wäre, wäre schon sein erstes Kommentar schon mal da. Nun mache ich das, übernehme ich die Rolle von Hägerle. Und ich schaue für sich die Rate, wie der Fußball gegen Eintracht Frankfurt Bayern München führt 2 zu 0. Das ist die Halbzeit Tausse. Lewandowski hat zwei Tore geschossen. Spielverlauf Bayern München 2 zu 0. Leipzig hat der 1 zu 1. Mainz 2 zu 1 gegen Borussia Gladbach und so weiter und so fort. Sonntagsspiele stehen an und der Montagsspiel steht auch an. Wir schreiben den 24. Oktober 2020 an einem Fußball-Samstagnachmittag. Das sind jetzt gerade noch die Analysen, die Sie jetzt auch noch im Fernsehen bringen. Das weiß ich heute auch nicht. Nun, was habe ich heute alles getan? Na ja, ich war heute Brot holen. Bei der Brotverteilung habe ich mir Brot, äh, so süße Stückchen geholt. Da war ich mit dem Rudi Löhlein auch noch einkaufen. 1, 2, 4, jetzt weiß ich das auch noch nicht. Und ja, übrigens trinke ich heute Kaffee. Ich habe ja gesagt, ich muss zurückschrauben. Jetzt trinke ich doch wieder Kaffee, gell. Jetzt weiß ich das nicht. Jetzt schaue ich mir, ob das schmeckt ohne Milch. Normalerweise habe ich immer Zucker drin und so. Jetzt habe ich Zucker drin. Na ja, muss ja nicht immer Bier sein. Wenn man das so sieht, Bier zerstört, Gehirnzellen, Leberzerose, nichts auszudenken. Und genau meine Zigarette noch anzünden zum Kaffee brauche ich. Normalerweise ist das auch Gift, auch wenn man Zigaretten raucht. Na ja, heute haben wir ein schönes Wetter, äh, die Sonne scheint. Ich würde ja gerne rausgehen heute, äh, spazieren gehen durch den Wald. Aber jetzt kommt ja noch Fußball, ne. Und da muss ich das auch noch anschauen. Und jetzt weiß ich das eben noch nicht ganz wie. Jetzt weiß ich nicht, wie man die wieder anpfeifen. Das habe ich jetzt so noch nicht irgendwie rausbekommen. Ich meine, so schlecht finde ich den Kaffee nicht. Wenn man das jetzt einmal so sagen darf, ne. Auch der Hanse Flick hat auch wieder mal einen Kommentar, ne. Äh, Ton haben, wir haben immer Ton gehabt, der Hegerle und ich. Äh, 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 wissen Sie, ahn sich für sich, äh, habe ich mir heute eine Pizza rein gedonnert, äh, mit viel Käse. Warte, das war ganz gut. Jetzt bin ich noch krankgeschrieben von meinem Betrieb. Äh, jetzt weiß ich das auch nicht, wie... Wie wann ich wieder losleg, äh... Ja, also das war, war überraschend, was Hanse Flick gesagt hat. Wie bewertest du das? Ist das dünnes Eis, auf das man sich befindet, oder? Kommt die Herbsttage und so für sich, da muss man schauen, dass... Das Laub, äh, so grün, gold, so gold ist. Ja, das ist, glaub ich, kein Mann nennt, ein Ritt auf der Kasse. Das war jedes Mal. Aber man muss da noch weiter drüber hinaus denken. Die Mannschaft nun, die betreuen sind alle Corona getestet. So. Aber die haben noch ein privates Umfeld. Da arbeitet die Frau. Ja, herrlich. Die Kinder in der Kita. Wie kann man das überhaupt lösen? Ja, also... So ist das Ganze halt. Da wird jetzt diskutiert über andere Themen. Wahnsinn, ich fühle sich. Wir schauen normalerweise gemeinsam immer Fußball. Der Hägerle und ich. Ja. Und weiß ich das auch nicht, äh, was für ein Geschwätz, was ich hier heute euch bringe. Ich geb's zu, das ist ein Schmarrn-Video. Aber, da lebt ihr halt einmal Wurzeltomi, was ihr jetzt so zu Hause alleine macht. Mal, wenn der Hägerle nicht da ist. Jetzt weiß ich ja allerdings nicht, wo der steckt, äh, der Hägerle. Äh, der wird schon wieder kommen, äh. Vielleicht, dass er noch kommt, äh, werden wir sehen. Aber jetzt geht ja die zweite Halbzeit los. Jetzt weiß ich nicht, wo der steckt halt, äh, 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 ja, ihm kommt immer was dazwischen. Und, äh, und die meiste Zeit schaut er halt mit mir Fußball, äh. Und dennoch, äh, naja, äh, manche ist das ein schönes Wetter halt. Also wenn man da so raus schaut, in den Sonnenschein hinein, könnte man meinen, es ist Sommer. Und dennoch ist immer noch Oktober, immer noch, äh. Und wenn wir bewegen uns auf den November zu, der wird dann, äh, ungemütlich und der Winter brutal. So, und wir können das Wetter nicht ändern, weil wir keine Götter sind, sondern Menschen. Und so schaut es heute aus. Übrigens nennt sich das heute auch der goldene Oktober, weil ja heute die Sonne scheint. Es sollen die letzten Sonnenstrahlen für Oktober sein. Die Zeit wird dann auch umgestellt. Heute. Auf Samstag, auf Sonntag. Und wieder eine Stunde zurück oder vor. Jetzt weiß ich das auch nicht. Das werden wir sehen, wenn ich morgens aufstehe. Ja, jetzt weiß ich das nicht. Ja. Meise und Rasierapparat hätte ich auch gerne gekauft. Philips S 900. Aber die kosten so viel Geld, wenn man das jetzt so betrachtet, gell. Ah, man kann mir das ja auch nur Weihnachten leisten. Hm. Jetzt hat er sein Hemd hinten kaputt gemacht. Aha. Und dieses Hemd ist schon ein Marken das Gleiche. Was so ist das? Für 11,63 Euro. Äh. Ja, man darf ja hier ja keine Schleichwerbung machen. Äh. Es ist ja. Aber sie haben ja das Hemd nicht gesehen. Dann wird das Video schon in Ordnung gehen. Es kann ein anderes Hemd auch sehen. Wie manche Menschen sich rasieren, ist hochinteressant. Auch in einer Werbung. Äh. Jeder macht das unter. Sie müssen mal anschauen, wie sich manche Menschen in bestimmten Werbeclips sich rasieren. Beobachten sie das mal. Das ist auch hochinteressant, wenn sie nass rasieren. Und somit habe ich das ja auch nicht ganz verstanden. Aber es geht ein bisschen in den Wind draußen. Und es verliert halt schon Laub. Was soll ich sagen, im Oktober? Äh, logisch. Wir haben ja keinen Sommer. Da ist ja relativ ganz, warum ich Alpizin benutze. Äh. Wissen Sie, der Kaffee an sich für sich ist schon sehr gut. Was machen Sie eigentlich jetzt so zu Hause? An einem Samstagnachmittag um 4. Äh. Geht das Ihnen da auch so? Oder haben Sie schon was vor für heute? Haben Sie schon irgendwas geplant? Und wenn ja, teilen Sie es mir doch mal mit, was Sie so an einem Samstagnachmittag machen wie dieser. Nur für mich ist das ein gewöhnlicher Fußball. Samstagnachmittag um halb 4. Äh. Äh. Das äh. 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 Gewöhnlicherweise. Ja. Ja. Und da schaut man halt an Fußball. Logisch. Nun, ich weiß ja nicht. Ne. Was Sie so an diesem Wochenende machen. Beziehungsweise was macht man denn eigentlich so an einem Sonntag? Was tun Sie an einem Sonntag eigentlich so? Alles. Es würde mich interessieren. Ja. Wissen Sie an sich für sich, wenn ich dann einmal in der Stadt bin. Tagsüber. Da sehe ich die Menschen ja. Da sehe ich sie ja. Ich sehe sie. Und dann denke ich mir immer. Ja. Der geht Eis essen. Der geht dahin. Und der geht dahin. Und der geht dahin. Der sieht man dann. Aber so die Allgemeinheit, die Mehrheit sieht man dann nicht auf der Straße. Weil da weiß ich nicht wo der Rest eigentlich steckt. Und da fragt man sich schon leicht. Was machen die Menschen dann da so? Das würde mich auch mal interessieren. Nun sind ja die schönen Oktober Tage hin. Da kann man auch spazieren gehen. Auch meine Medikamente liegen auch noch am Boden. Da sind sie gut aufgehoben. Ja. Aber vor allem sichtbar. Jetzt warte ich mal. Schau ich mal kurz nach. Haben wir schon so spät? Nein, es geht noch. So. Es geht dann die zweite Halbzeit los. Na ja. Es werden wir gespannt sein. Bald ist Anpfiff. Es steht noch wie gesagt 2-0. Lewandowski hat einen sehr guten Lauf. hat gleich mal 2 Dinger rein gemacht. Guck mal an. Der hat den ganzen Verband über den Körper. Und spielt noch Fußball. Was hat denn der für eine Krankheit? Was ist das? Was hat der da? Oh. Habe ich nie gesehen. Dass einer einen riesen Verband rundherum über den Körper hat. Mit dem Bauch. Zieht das T-Shirt drüber. Und spielt dann noch Fußball. Äh. Der Müller macht sich warm. Äh. Dann müllet es auch. Dann wieder im Kasten. Auch nicht müllet es wieder. Schauen wir mal ob er so auch eins macht. Äh. Eintracht. Jetzt werden noch die letzten Instruktionen gegeben. Äh. Naja. Ich schaue jetzt dann noch Fußball. Äh. Ich hoffe mein Unterhaltungsprogramm war jetzt für Sie wenigstens okay. Wie Sie wissen. Weil ich darf nicht zu übertreiben mit meinen Videos. Und deswegen auch mal heute ohne Hägerli. Und ich hoffe dieses Unterhaltungsprogramm hat Ihnen gefallen. Und das Unterhaltungsprogramm was Sie jetzt von gesehen haben von mir. Sehr sehr langweilig. Wie ich Sie unterhalten habe. Vielleicht mag der ein oder andere sagen. Äh. Sicherlich. Aber ich muss halt auf mich aufpassen. Und dennoch soll es auch mal solche Videos auch geben. Die sind nicht alle Tage gleich. Ja. Also machen Sie es gut. Äh. Und jetzt äh. Genießen Sie das Wochenende. Kommen Sie gut. Äh. Wir sind ja mittendrin eigentlich. Aber man sieht sich doch bestimmt wieder oder? Ich weiß es ja nicht. Äh. Ja. Jetzt schauen wir halt noch gell. Also dann. Ciao, ciao. Ciao.